Hier kommt was. Oh ja. Hier dein Rucksack. Hast du keinen Rucksack dabei? Nö. Wieso kann ich nicht wieder aufstehen, Alter? Du musst erst der AG drücken. Der schlägt den Berg rüber. So kleine Einzeldinger kann ich nehmen. Alles weg. Genau. Oh, ich hab ne Kiste entdeckt da. Ja, dann öffne die mal. Und nicht in dieses Grüne laufen. Hier gibt es nämlich nen Sumpf. Ach, gehst du da ein? Stoppst da? Ach, da komm. Bist du tot? Ich bin tot. Ach du Kacker. Ist er tot? Nee. Ach, du hast doch ne Maske auf. Du hast doch schon mal ne Brille. Das ist doch schon mal was. Ja. Was hast du denn itemmäßig dabei? Ich hab ein Rucksack. Oh, Bandagen. Ach so, jetzt hat mir rumgeklopft. Hat sich an der Zeit jemand geklopft? Nee, nee. Ich guck grad, wie ich die Entfernung einstellen kann der Waffe. So, bist du fertig? Bist du ready? Ja. Ja. Wie ist dein Ausgang? Oder? Ruhe und Road. Ruinierte Straße oder sowas. Ach so, zerstörte Straße. Und? Was noch? Und? Svetli Dead End. Svetli? Svetli Dead End. Das heißt übersetzt? Kein, nur Svetli scheint ein Name zu sein. Ach hier, das ist da ganz im Westen. Ganz im Westen ist das. Ach so, du hast ne andere Map als ich. Ich hab dir doch meine gegeben. Ich hab auch ne andere benutzt, weil bei dir steht... Hier kommt was. Hier kommt was. Oh ja. 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 Mach mal Kopfhörer. So, jetzt lauf ich mal neben die, ne? So, jetzt nimm die mal ab. Ja, ich kann die nirgends reintun. In deinen Rucksack? Hast du keinen Rucksack dabei? Nö. Alter, wie willst du denn dann looten? Ich will erstmal bloß heil rauskommen. Ich hab noch drei Taschen. Ja, dann werf die auf den Boden oder so. Wen? Die Kopfhörer. Kann ich die wieder aufheben? Ja, ja, klar. Tatsache. Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, und dann... Du kriegst das auch... Du nimmst die Gegner halt so viel eher wahr. Aha. Okay, wir sind jetzt... Pass auf, rechts und links können Gegner spawnen. Mops. Wo sind wir jetzt eigentlich gespawnt? Wir sind, ähm... Am Sumpf. Links. Links oben. Wo die einzelnen Häuser stehen. Ah, da, ja. Ich seh's. Aber weißt du das auch noch? Ja, ich hab das scheiße für 72 Stunden gespielt. Ja, stimmt. Ja, aber es ist ganz schön laut, wenn ich aus der Dorche Pisch renne. Ja, ich weiß. Alles, was du machst, macht Geräusche. Hast du geschossen? Nein, das kam von hinten. Wo bist du überhaupt hin? Vor dir. Wo bist du hin? Ich hänge euch irgendwo in den Gestrüpp. Hä, warum kann ich meinen Kopf nicht bewegen? Du. Kommst du? Ich seh dich nicht. Komm weiter, lauf einfach weiter. ich höre dich doch dahinten wieso kann ich nicht wieder aufstehen also du musst hier rechts was hier rechts guck nach rechts da ach da pass auf nicht dass du den headshot einfängst hier ist die kiste hier kannst du naja ich kann eh nicht viel tragen kann auch mal reingucken ich habe zu ihm machen so kleine einzelne dinger kann ich nehmen alles weg ich konnte nur noch zugucken wie es verschwand ach geil oh mein gott das fenster ist offen machst du hat das was zu sagen wenn es offen ist nein nein du weißt du kannst auch langsamer schleichen ja mausrad irgendwie so genau ich habe eine kiste entdeckt ja dann öffne die mal ich habe ich einen dicken lud gefunden prima in der scheiß kiste ist nicht ich habe einen richtig dicken fund gemacht was hast du gemacht hier ist ja ich habe irgendwas weggenommen ja hier sind schrauben muttern die sind auch viel wert die brauchst du später auf das hideout ok propan hier steht hier auch noch propan das muss ich auch mitnehmen das kannst du ja leider nicht mitnehmen weil du ja keinen rucksack hast stimmt wie ärgerlich ja das stimmt das viel geld ich muss unbedingt einer schießen damit ich den rucksack klauen kann du musst mal bescheid sagen wenn du da raus gehst ich war die ganze zeit gemutet ich voll idiot wann hast du mich das letzte mal reden hören mit der gasflasche ach so da bin ich daran gekommen wir gehen jetzt erstmal zur nächsten halbe wo müssen wir überhaupt raus wahrscheinlich wahrscheinlich gegenüber straße zollgelände oder bot am 4 also hier ganz oben ja wir laufen jetzt ins dorf rein da sind mehrere sind zwei spornpunkte oder drei spornpunkte und da wird auch ganz gerne mal gelutet daher müssen wir uns ein bisschen ran schleichen langsamer laufen und ganz runter scrollen bis zum ende du merkst auch mit dem untergrund auf wiese ist natürlich leiser zu laufen als auf steinen ja ist erstmal nur wichtig und nicht in dieses grüne laufen hier gibt es nämlich ein sumpf ach gehst du da ein stoppst du da ne aber du läufst dann ganz lang du kannst du da rennen ach so ok ich dachte ich sehe dich dann jetzt wieder um der kässe oder so die sporn aus gef also kommen ins gebüsch und davon bist du schon ja ich habe ja ein bisschen schnell laufen jetzt ich lasse mal hier was für dich drin das ist munition drin 58 schuss munition habe ich eigentlich in hülle und ja ja glaubst du nimm mal hier auf du brauchst hast ja verschiedene waffen aber geht ins gebüsch erst und dann dieses komische dingen aufmachen kann aber sein dass es noch offen ist dann muss ich noch mal drauf ok ich habe die munition die wertvoller als das plex ich weiß es nicht das ist ja jetzt live gewesen ich weiß nicht wie viel das jetzt alles wert ist kann ich dir nicht zu sagen aber das plex kannst du später gegen für das ach du scheiße habe ich was da war für dich für einen kranken scheiß grad hier du kannst aber zu schossen ich habe da keine schüsse gehört wie komme ich nicht langsam hoch musst du wissen wie granaden oder ich habe nicht eine einstellung hier in der kiste ist noch mal material in der werkzeugkiste hast du platz für weltschlauch und zwei als lot frei muss ich gucken und ja natürlich nicht du hast keine beste mit ich mache dir hier was in der werkzeugkiste rein ach da kommt was kommt da komme ganz ruhig hast du ganz zurück gescrollt ja ich werde auch nicht hören der will gleich reinkommen er hat uns auch schon gehört ja ich werde über den zauber springen kannst du ein bisschen zu mir kommen mehr nicht schießen wenn einer am fenster steht ja scheiß wäre der blut ist nicht tot der müsste auch noch leben hier ist ja einer weggerannt du kannst ja auch durch holz schießen ich werde mal aufgeräusche zu machen da wo hier von hinter uns der ist tot okay einer es war nur ein es war noch einer da nicht ich geh Ich glaube, links neben uns. Ja, denke ich nämlich auch. Hast du was geschossen? Ja, Fensterscheibe. Läufst du gerade? Nee. Aber du hast Schritte gemacht, dich gedreht oder so. Ja. Gut. Es waren definitiv zwei Leute, meine ich. Wir können auch in Gebüsch hocken, das ist das ja. Oh, ich muss Munition nachladen, ich habe keine Munition mehr. Oh, da bewegt sich was. Wo? Warte. Hier hinter ungefähr. Wo ich hinguck. Ah, dort? Ich habe Rüstung, du hast keine Rüstung. Ich gucke mal. Hinter dem Zaun. Da ist er. Oh, scheiße. Nicht mehr gesagt. Bist du tot? Ich bin tot. Ach du Kacker. Ist er tot? Nee. Ich bin tot. 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 Schwimmst du das gerade? Dann könnte ich dir zugucken. Nee. Hast du ihn getroffen denn ein paar Mal? So, Pender sitzt irgendwo um ihr Büsch. Baller durch. Mach mal ein bisschen rein spammen. Es gibt viele Gebüsche. Einfach überall mal durchspammen. Oder einfach horchen, wo das Geräusch herkommt. Scheiße, ich bin tot. Da hat er dich gekriegt, schade. Du hättest bei mir einen guten Loot finden können. Ich kann dich wohl looten. Ja, klar. Ach so. Das war's. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot.